Der Paul hat wieder ein Interesse an meine Einkäufe. Interessiert den ja nicht. Ja, mein Freitagseinkauf, gab nicht viel geholt, Philadelphia, Lachs, Mikrowellenpommes, die sind gut, brauchen muss eine Mikrowelle und schon sind sie fertig, schön knusprig und alles habe ich schon mal gehabt, einmal frei und dazu habe ich hier so ein Knusper Cordon Blue, so eine Art Schnütze mit Käse drin, aber naja vielleicht lass mal überraschen. So, Zimpfschnecken und so eine Art Weißbrot. Tja, wie ihr seht, keine Hexenbecher, kein Käsetwister, aber Zimpfschnecken. Und meine neuen Paul-Fotos sind angekommen. Habt ein bisschen nachbestellt, reichlich. Man weiß ja nie, man muss ja auf dem Laufenden sein, wa? Na hier, der Paule. So, ja, das war ich dann, wa? Paulchen, der macht sich jetzt hier bequem, wa? Bist du auf dem Balkon? Paule, bist du auf dem Balkon, ja? Na, jetzt spiele ich nicht mit dir. Keine Zeit. Keine Zeit. So, wenn ich mal Tür aufmachen, ne? So, noch kann man hier rauf, aber ab allen Uhren geht's nicht mehr. Tja, nicht eine Regenwolke am Himmel, alles blau. Na, Paule ist hier. Ja, ich muss wieder nach der Küche. Ich hab was zu tun. Du hilfst dir nicht. Paule. Paule, der Faule. So, das Gras sieht immer noch gut aus. Naja, ist auch erst eine Woche alt. Doch, hier ist ein Schloss. Halt, da kommen Wäsche. Darf ich nicht mitfilmen. So, na gut. Das war's. Ja, da werde ich erst mal wegräumen. Ja, irgendwie dauert es so lange, wenn er sich die Kamera an den neuen Lichtverhältnissen anpasst. Na ja, alte Kamera. Ich brauch ne neue. Aber ob sich das noch lohnt? Jut, das war's. Das war's.